Heute um 11 Uhr erhält Volksparteienchef Sebastian Kurz den Auftrag zur Regierungsbildung. Kurz trifft schon um 10 Uhr bei Alexander Van der Bellen in der Hofburg ein. Eine Stunde später treten die beiden vor die Kameras. Der Regierungsauftrag an Kurz, der bei der Wahl 37,5 Prozent erreicht hat, ist ein wichtiger Formalakt. Erst jetzt geht der Koalitionspoker so richtig los. Nach dem Stärkeverhältnis wird Kurz die Chefinnen und Chefs der anderen vier Parlamentsparteien treffen. Zuerst also Pamela Rendi-Wagner von der SPÖ, dann Norbert Hofer von der FPÖ, Werner Kogler von den Grünen und NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger. Das geht am Dienstag los. Das Date mit Kogler findet wohl am Mittwoch oder Donnerstag statt. Dann gehen die eigentlichen Sondierungen los. Das sind so Art Vorverhandlungen, in denen geklärt werden soll, ob Detailverhandlungen Sinn machen. Auch wenn alle Zeichen auf türkis-grüne Gespräche hindeuten, will sich Kurz dem Vernehmen nach noch nicht festlegen, mit welcher Partei er am Ende verhandelt. Parallele Gespräche mit zwei, ja gar mit drei Parteien, also mit Grünen, SPÖ und FPÖ gleichzeitig, sind nicht ausgeschlossen. Man will sich Zeit nehmen. Schließlich muss vieles aus dem Wahlkampf aufgearbeitet und vertrautend gewonnen werden. Stichtag für die weiteren Verhandlungen wird die Steirer Wahl sein. Entweder kurz vor oder nach dem langen Wochenende, um den 1. November, dürfte Kurz entscheiden, mit wem er formell verhandelt. Aufs Tempo wird auch dann nicht gedrückt. Niemand erwartet, dass sich vor der Steiermark-Wahl am 24. November viel tut. Im besten Fall wird die neue Regierung dann Ende Jänner stehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017